Die Schlacht bei Marengo fand am 14. Juni 1800 bei Marengo, einem Dorf in der italienischen Provinz Alessandria, statt und brachte Napoleon im Zweiten Koalitionskrieg den entscheidenden Sieg über die Österreicher, geschichtlicher Hintergrund. Die sogenannte Zweite Koalition von 1798 bis 1801 richtete sich gegen das revolutionäre Frankreich und bestand aus Russland, Großbritannien, Österreich, dem Osmanischen Reich, Portugal, Niapel und dem Kirchenstaat. Österreich und Russland waren unter dem Oberbefehl des russischen Generals Graf Alexander Souverau in Norditalien erfolgreich. Die Koalition besetzte Mailand und löste die Cisalpinische Republik auf. Im Mai 1798 begann Napoleon Bonaparte seinen Feldzug nach Ägypten, um die britische Vormachtstellung im Mittelmeerraum zu brechen. In der Seeschlacht von Aboukir am 1. und 2. August 1798 wurde die französische Flotte von den Briten unter Horat zu Nelson versenkt. Napoleon kehrte überraschend nach Paris zurück und wurde durch einen Staatsstreich am 9. November 1799 erster Konsul der Republik. Er bot der Koalition den Abschluss eines Friedensvertrags an, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin ließ er eine neue Armee von 40.000 Mann aufstellen und begann einen Feldzug gegen Österreich und seine deutschen Verbündeten. Feldzug nach Norditalien Im Mai 1800 überquerte Napoleon mit seiner Armee die Alpen über verschneite Pässe beim großen Sankt Bernhard und erreichte Ende Mai die Poebene. General Mellas, dem österreichischen Oberkommandierenden, war Napoleons Alpenübergang unbekannt. Er befand sich mit seinen Soldaten am oberen Po, um die Belagerung Genuas zu decken. Die Franzosen hatten sich in der Zwischenzeit nach Osten gewandt, überquerten den Tessin, eroberten Mailand und stellten die Cis-Alpinische Republik wieder her. Nach dem Angriffe der Österreicher auf Castaggio am 9. Juni, den Landes mit Erfolg abwies, hatte Napoleon bei Stradela eine feste Stellung bezogen. Als jedoch hier kein Angriff erfolgte, rückte er am 13. Juni in die Ebene des Tanaro bei Alessandria vor. In der Annahme, Mellas werde sich nach dem inzwischen eroberten Genua zurückziehen, um sich dort auf der britischen Flotte einzuschiffen. Aus diesem Grund entsandte Napoleon eine Division unter der Seix nach Noviligü an der Straße nach Genua, um dort die Lage zu erkunden. Während zwei Divisionen unter Claude Victor Perrengen, Victor das Dorf Marengo besetzten, eine Division unter Jean Lannes blieb in der offenen Ebene zwischen Marengo und Castel Ceriolo stehen und Napoleon selbst zog sich mit einer Division nach Torre di Garofalo zurück. Schlachtverlauf Mellas, der in Alessandria selbst stand, hatte sich inzwischen entschlossen, durch die feindliche Armee nach Piaenza durchzubrechen, und begann am 14. Juni bei Tagesanbruch den Fluss Bormida auf drei Brücken zu überschreiten. Um 9 Uhr griffen die Österreicher die Franzosen, die in ihrer Zersplitterung auf eine Schlacht nicht vorbereitet waren, in Marengo an. Die Franzosen schlugen, geschützt durch einen tiefen, sumpfigen Graben, zweimal die Angriffe der Österreicher zurück. Gegen Mittag gelang es den Österreichern im dritten Anlauf Marengo zu erstürmen und die Franzosen zum Rückzug zu zwingen. Erst jetzt erschien Napoleon mit der Division Monnier und der Consulagarde und versuchte durch Verstärkung der Flügel die Schlacht zu wenden. Allerdings erfolglos, denn das Zentrum der Franzosen war vollständig durchbrochen und Napoleons Truppen mussten sich zurückziehen. Der 71-jährige Mellas war von seinem Sieg überzeugt und zog sich durch die Strapazen und eine leichte Wunde erschöpft, nach Alessandria zurück, um seinen Erfolg zu verkünden. Er überließ seinem Generalstabschef General von Zach die Verfolgung des Feindes. Um drei Uhr nachmittags erschien plötzlich Desaix auf dem Schlachtfeld, der auf seinem Marschnach nur wie den Kanonendonner von Marengo hergehört hatte und sofort dorthin geeilt war. Ohne zu zögern griff er mit seinen 5000 Mann die Österreicher an, während Marmont die Geschütze auf die vorderste Kolonne des von Zach befehligten Feindes richten ließ. Desaix wurde durch eine Kugel tödlich getroffen und starb noch auf dem Schlachtfeld. Die Österreicher versuchten erneut vorzudringen, aber Kellermann durchbrach mit seinen Drängern die feindliche Flanke und konnte Zach und 2000 Mann abschneiden, die sich daraufhin ergaben. Zu diesem Zeitpunkt drehte sich die Schlacht endgültig. Die Franzosen sammelten ihre Kräfte und konnten einen erneuten Angriff vortragen, dem die Österreicher nicht standhielten und zurückwichen. Ihre Reiterei ergriff offen die Flucht und riss auch das Fußvolk mit sich fort, sodass schließlich völlige Panik ausbrach und sich die Truppen der Österreicher in wirrer Unordnung über den Bormida zu retten versuchten. Fast die gesamte österreichische Artillerie fiel in die Hände der Franzosen. Außerdem verloren die Österreicher 6400 Mann an Toten und Verwundeten und rund 3000 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Die Franzosen hatten etwa 7000 Tote und Verwundete zu beklagen. Die Folgen Der Sieg in der Schlacht von Marengu brachte Oberitalien wieder unter französische Kontrolle. In der Zwischenzeit waren französische Truppen unter General Jean-Victor Moreau über den Rhein nach Süddeutschland vorgedrungen und hatten München besetzt. In der Schlacht bei Hohenlinden am 3. Dezember 1800 hatte Moreau die letzte österreichische Armee unter Erzherzog Johann besiegt und marschierte in Österreich ein. Die Franzosen bedrohten Linz und Österreich stimmte schließlich einem Friedensvertrag zu. Am 9. Februar 1801 bestätigte Kaiser Franz II. von Österreich im Frieden von Luneville die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich. Weiterhin erkannte er die Existenz der Batavischen, Hevetischen, Cisalpinischen und Ligurischen Republik sowie das neue Königreich Etrurien an. Es folgten Friedensschlüsse Frankreichs mit Neapel, Portugal, Russland und dem Osmanischen Reich. Am 27. März 1802 kam es schließlich zum Frieden von Amiens mit Großbritannien. Miss Zellen Die Schlacht bei Marengo bildet den historischen Hintergrund von Victorinsadis Drama La Tosca und der darauf basierenden Opa Tosca von Giacomo Puccini. Nach der Schlacht von Marengo musste natürlich auch gut gespeist werden. Leider ging der gesamte Verpflegungsdross der Franzosen verloren. Deshalb musste Napoleons Küchenchef Dunant improvisieren und schickte Soldatenlos etwas Essbares herbeizuschaffen. So brachte ein ausgesandter Soldat ein Huhn, der nächste einige Tomaten, der dritte ein paar Eier und ein vierter zwei Krebse. Damit waren die Zutaten für den Noche-Huhn Marengo komplett. Insgesamt ein nicht alltägliches Rezept, das bis heute nicht nur in Frankreich beliebt ist. Siehe auch Liste von Schlachten Liste der Kriege Liste der Kriege